Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Glossy Box aus dem Monat Mai, die mit dem Motto Perfectly Imperfect daherkommt, was ich so schön finde. Und wenn du Bock drauf hast, mit ihm zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe die Box sowohl im Abo und bekomme sie außerdem auch noch in der Kooperation zugeschickt. Deswegen verlose ich jedes Mal meine Kooperationsbox und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, monatlich erscheint das Schätzelein. Kostet 12,50 Euro oder ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat. Und ich habe einen Code, da bekommst du ein bisschen was günstiger. Kannst du gerne anwenden, wenn du möchtest. Und joa, hat jetzt heute ein Special Design mit dabei. Also quasi, dass sie nicht dieses klassische Rosa hat, sondern dass hier auch wirklich was Schönes draufsteht, was ich für meinen Geburtstagsmonat so geil finde. Ich feiere das wirklich sehr. Und ja, wenn du mehr von mir sehen möchtest, mehr Unboxings, Hauls, Reviews, Aufgebrauchtvideos, Schminkvideos, Tüdelü, Distas, Ananas, klick gerne auf den Button da unten. Da steht Abonnieren drauf. Und da würde ich mich mega freuen, wenn du meiner Community beitreten würdest. Fände ich Oberaffen-Titten geil. Ja, fände ich echt gut. Ihr Lieben, so. Wir gucken mal in das Schätzlein rein. Ich mag das einfach gerne, wenn die Glossybox hier eintrifft, weil das ist so die erste Abo-Box, die ich jemals im Abo hatte. Und deswegen ist es immer für mich so ein ganz besonderes Gefühl. Wow. Hier ist einfach mal ein Spiegel drin. Das finde ich schön. You are beautiful. Vous êtes magnifique. Tu es wacker. Das finde ich geil. Du bist zauberschön. Zauberschön. Auch süß. Und dann ist hier eine Folie drauf. Die kann man entfernen. Ach, ich verwende die Box immer weiter. Deswegen lasse ich den Spiegel jetzt auch mal zugeklebt. Also ich verwende die immer als Versandkarton. Das ist ja geil. Also, dass man hier wirklich einen Spiegel drin hat, ne? Feiere ich. Und das kann man sich dann auch so schön hinstellen. Entweder so direkt zu einem hin. Oder, das ist auch immer ganz praktisch, ne? Also die Box da so reinstellen. Dann hast du hier so deine Schminke drin. Vielleicht für das All-Day-Kit oder so. Und hast dann hier den Spiegel. Ist schon schön. Das ist mal... Also sowas hat die Glossy-Box noch nie gemacht. Ich finde es cool gerade. Dann habe ich hier Sticker. For every rainy day there is a rainbow. Ach, wie süß. Self-love juice. Glossy-Box. Do what makes you happy. Süß. Du bist zauberschön. Ich finde es schön. Guck mal. Und das klebe ich euch dann auch mal rein, wenn ich euch Verlosungspakete packe, ne? Dann mache ich ja auch immer Karten fertig. Süß. Das ist echt süß. Mensch, die haben sich irgendwie jetzt gerade so ein bisschen Mühe gegeben, ne? Dann habe ich hier den Blick in die Box. Tatsächlich so im Orange-Design. Aber es passt irgendwie so schön, ne? Und hier ist dann auch das Glossy-Magazin halt als digitales Moped. Also du kannst hier hinten diesen Code abscannen und kommst dann in das digitale Leaflet. Und ja. Genau. Seit Januar 2022 gibt es nämlich das Glossy-Magazin digital. Leute, die Papierpreise sind eskaliert. Wir wissen alle Bescheid, ne? Genau. So schaut die aus. Riecht nach nix. Schauen wir gleich rein. Aber erstmal möchte ich das Motto entdecken. Ich meine, gut, das stand jetzt vorne fett drauf. Aber trotzdem. Draußen fährt der Schroddi lang. Und das um, nein, um sieben Uhr abends. Auch spektakulär. Gut, es ist super warm, ne? Also, der war wahrscheinlich heute über den Tag auch zu warm und denkt sich, ne, ne. Die werden wir später kommen. Willkommen im Mai, Glossy. Perfectly Imperfect. Mit dieser Message möchten wir dein Beautyherz im Mai berühren und öffnen. Unsere Box überrascht diesmal nicht nur mit einem tollen Special Design außen, sondern auch einem echten Hingucker innen, der dir hoffentlich ein selbstbewusstes Lächeln ins Gesicht zaubert. On top warten in der Box coole Sticker, mit denen du deine Edition, Edition, aufhübschen und individualisieren kannst. Freu dich außerdem auf unentbehrliche Produkt-Highlights für deine schönste Beauty-Routine im Spätfrühling. Plus, in unserem digitalen Magazin erwarten dich nicht nur alle Informationen zu deinen neuen Essentials, sondern auch jede Menge spannende Topics rund um unser Monatsthema. Ja, scanne dazu einfach den QR-Code mit deinem Smartphone und werde Teil unserer perfekt im unperfekten Welt. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Love yourself. Take care of yourself. Das ist so wahr, ne, Leute? Und wir sind halt wirklich nur deswegen schön, weil wir so individuell sind. Wenn alle gleich aussehen würden, wäre keiner mehr wirklich schön, weil du bist ja nicht mehr, du stichst ja nicht mehr heraus. Und deswegen finde ich das eigentlich cool, dass sie halt genau das als Motto genommen haben. Ja, so. Ich mache mal das Schleibchen auf. Ich mache den Klebi auf. Ich meine, wenn man sich so zurückerinnert, also alle Stil-Ikonen hatten irgendeinen kleinen Schönheitsfehler, den sie so genutzt haben oder der sie halt so individuell gemacht hat und herausstechen lassen hat, dass sie irgendwie speziell wurden. Sei es eine Zahnlücke oder sei es irgendwie ein Muttermal oder sei es irgendwas, dass sie besonders groß, besonders klein waren, ne, dass irgendwelche Sachen halt irgendwie etwas anders waren. Und das gefällt mir tatsächlich. So, ihr Lieben, hier haben wir den Blick in die Box und das sieht schon mal gut aus, ne. Also da haben wir schon allerhand Produkte drin. Das sieht aus, als hätten wir dekorative Kosmetik, Pflege und Essentials drin, genauso wie das halt immer auch so beschrieben ist. Als erstes habe ich hier von Pixi by Petra ein Produkt. Ich glaube, von Pixi by Petra hatte ich auch in meinem allerersten Glossybox Adventskalender einen Blush drin. Könnte sein, dass ich den sogar noch habe. Das hier ist so ein Duo-Vieh. Beauty Blush Duo in der Farbe Peach Honey. Muss ich mal... Ich packe das in meinen Full Face Beauty Box mal mit rein. Ich weiß aber noch nicht hundertprozentig, ob ich den verwenden werde, weil er mir ein bisschen zu hell aussieht, ne. Muss ich noch mal gucken. Aber an und für sich ist es ziemlich cool, dass er so mit dabei ist, finde ich, ne. Also da kann man... Also wirklich schön. Ist aber sehr, sehr hell. Ist eher ein Highlighter in meinen Augen. Und das sage ich als super helles Persönchen, ne. Ist wirklich so. Also wahrscheinlich ist es eher ein Highlighter und ein Blushleiter. Das würde ich jetzt eher so unterschreiben. Wir gucken mal, ob das los darauf fallen wird. Dann habe ich ein Produkt, was ich just mein Grad erst leer gemacht habe. Aber es ist ein cooles Produkt von Sunlux. Das ist Setting Spray. 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Und da sind so Sternchen drauf. Das hatten wir auch in der Glossy Box, glaube ich, schon drin gehabt. Ein tierversuchstreis Produkt, ne. Das müsste Ende letzten Jahres in der Box drin gewesen sein. Schaut so aus. Und jo. Hat Sternchen drauf, ne. Deswegen... Irgendwie habe ich das noch im Hinterkopf, dass es irgendwie in einer Edition drin war, die auch richtig Richtung Weihnachten ging und so. Das ist irgendwie auch ein bisschen ausgelaufen. Das ist nämlich gerade hier so ein bisschen nass. Da muss ich natürlich jetzt aufpassen. Das wäre ja blöd, ne. Wenn das jetzt irgendwas schmutzig machen würde. Ja, die Verpackung ist auch richtig nass. Uh. Ne. Achtung, Achtung. Dann habe ich hier eine Overnight Mask. Gold. Spendet Energie von Alverde. Ist das für die Haare oder fürs Gesicht? In Gold. Hätte ich jetzt aber ein bisschen Schiss vor. Muss ich gestehen, ne. 10 Milliliter haben wir hier drin. Würde ich dann auch zweimal aufteilen. Ähm. Ja. Da muss ich mir dann natürlich die Inhaltsstoffe nochmal durchlesen, weil ich jetzt ja aktuell nicht alles verwenden darf, ne. Was man halt so normal verwendet. Jo. Muss ich gucken. Fürs Gesicht. Okay. Dünn auf Gesicht. Hals und Dekolleté auftragen. Über Nacht einwirken lassen. Und am nächsten Morgen sanft das Gesicht waschen. Das ist... Also ich finde sowas, vor allem weil hier Gold draufsteht, schwierig. Also danach musst du doch das komplette Bett neu beziehen. Also wenn das sowas ist, was halt einzieht und wie eine Creme ist, ist das was anderes, als wenn das wirklich so eine goldene Geschichte wird. Mal schauen. Mal schauen. Dann habe ich hier halt ein Essential. Na komm raus. Traut sich nicht. So. Daily Concepts, Daily Round Silicone Scrubber. Oh, den kannst du super für den Körper verwenden, wenn du möchtest. In der Travel Size ist das. Schaut so aus. Und auch das ist ein tierversuchsfreies Produkt, ne. Kannst du auch optional verwenden, um deine Pinsel zu waschen. Würde ich jetzt mal so sagen, ne. Also mein Pinselwaschvieh sieht ähnlich aus. Ja. Also wenn man das jetzt nicht für den Körper verwenden möchte, weil man sich denkt, nö, dann, ja. Dann brauchst du wahrscheinlich kein mechanisches Peeling mehr, ne. Ist eigentlich nicht verkehrt. Hat recht angenehme Hubbelfiecher. Muss ich mal schauen. Also eigentlich mag ich ja gerne für den Körper mechanische Peelings. Mal schauen. Ich glaube, das werde ich jetzt so nicht verwenden. Ähm, dann habe ich hier etwas drin von Kinder Beauty Mood Bomb. PH Changing Hydrating Lip Bomb. Auch sowas ist süß. Aber, ähm, bei mir wird sowas immer so dermaßen pink. Sieht gar nicht aus. Ich hätte von Kinder Beauty mal in blau war sowas, ähm, mal drin gehabt. Und das war echt, also, puh, sah auf den Lippen krass aus. Ja, es ist auch schon wieder blau, ne. Aber, ja, das wird bei mir zu pink werden. Das weiß ich wohl. Das sieht dann leider echt nicht aus. Nee, nee. Nee, ich muss ehrlich zu mir selber sein. Auch wenn ich sowas eigentlich immer ganz witzig finde, ne. Aber, äh, ich kaufe mir die ja auch nicht aus der Drogerie, wenn die bei Essie oder, äh, Essence oder so in den L.E.s drin sind, weil ich einfach weiß, dass mein PH-Wert einfach sagt, nein, wir machen da eine Barbie draus. Ähm, ja. Never Blue, sagt er hier. Das ist die Farbe Never Blue. Okay. Dann habe ich hier noch etwas mit drin, was ich persönlich ganz cool finde. Von Kneipp, die Aromapflege Dusche Lebensfreude. Die ist mit Litchi, Kubeba und Zitrone. Ähm, in, äh, in, äh, wenn die Tage wirklich super heiß sind, verwende ich sowas auch. Aber wenn es halt nur so ein bisschen Tüdelöser mal ist, verwende ich das nicht, weil dann mag ich keine Zitrischen Düfte. Aber wenn die Tage halt so heiß sind wie heute zum Beispiel, dann gönne ich mir das gerne unter der Dusche. Dann mag ich auch so Zitronensorbe oder Zitroneneis und so. Und dann verwende ich das halt, wie gesagt, auch gerne unter der Dusche. Ich muss mal schauen, bewahrt das hauteigene Mikrobiom. 98% biologisch abbaubare Inhaltsstoffe. Das finde ich auch sehr, sehr charmant tatsächlich. Ähm, hebt die Stimmungslage nach. Weißlich ist natürlich das Kaufkriterium überhaupt, oder? Und ich meine auch, dass ich das vor Jahren auch schon mal verschenkt habe, weil ich das süß finde. Ja, ein bisschen Werbung. Hör dich, Glossy. Bookbeat ist hier ein bisschen Werbung mit dabei. Nö, kann man sich auch noch gönnen. Und das ist die Box hier gewesen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Produkte. Heißt ein Produkt mehr als jetzt normalerweise. Wobei jetzt von Alderbe dieses Produkt recht klein ist. Ich habe auch schon oft gehört, dass viele sich darüber beschweren, wenn hier überhaupt Drogerie-Produkte drin sind. Aber wenn jetzt dafür dann ein Produkt mehr in der Box drin enthalten ist, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich mag die Box. Ich finde, hier sind coole Produkte drin. Wir haben Pflege mit dabei. Wir haben sehr, sehr viel dekorative Kosmetik mit enthalten. Und für 12,50 Euro kann man sich meiner Meinung nach dieses Mal echt nicht beschweren. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Und was halt auch super wichtig ist, welche Produkte ihr in der Box hattet. Ich habe euch das ja markiert hier im Video, welches Produkt denn auch wirklich jeder drin hat. Weil meistens hat jeder, also in der Box so drei Produkte sind meistens so gleich. Und die anderen sind dann so individuell, also können dann schwanken, dass dann unterschiedliche Sachen drin sind. Ich kann mir vorstellen, dass man hier vielleicht eine andere Maske drin hat oder so. Ja, was sonst? Vielleicht ein anderes Duschgel? Keine Ahnung. Ja, ne? Wird mich interessieren, was ihr dann dafür drin hattet. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle ich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!